Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Müssen wir unbedingt Clementine suchen. Bist sie hier drin? Clementine, bist du hier drin? Wo ist sie? Sofa benutzen, will die? Oh! Clementine, zeichnung! Oh! Clementine, zeichnung! Clem, bist du hier drin? Ich sehe sie nicht irgendwo da draußen. Keine Walkers, aber... Clem? Aber wo ist sie? Ich habe Zeit, später zu resten. Es sieht nicht aus, dass sie hier drin ist. Ja, später kann ich mich ausruhen. Clementine, bist du hier drin? Clementine, bist du da drin? Scheiße, wo könnte sie sein? Ich sehe sie nicht. Weiß ich nicht, du. Musst du nachgucken. Das Weitersuchen, meine ich. Ich sehe sie nicht aus. Keine Walkers, auch. Hallo? Was machst du? Was machst du? Oh, you know... ...just... ...pokin' around. Du kannst nichts finden. Wir haben bereits nach dem Ort. Du wirst dir überrascht, was die Leute missen. Trust mich, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Keine Frage. Ich bin nicht ihre Keeper. Hey! Do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Äh, okay. Zwei Türen? Hä? Also kam ich von hier, okay. Okay. Dann führt die andere Tür... ...wahrscheinlich... ...auch raus. Nur aus... ...nem anderen... Wieso hat dieses Schlafzimmer zwei Türen? Molly? Ich hab' dir gesagt, diese Mädchen ist nicht mit mir. Geh' deine Freunde und verhör' mich. Okay. Ich hab' dir gesagt, ich will nur Clementine finden. Clementine? Ich hab' dir keine Ahnung von hier. Ich hab' dir Zeit für das. Doch, komm, wasch dir mal die Hände. Erst ist jetzt der Ausgang, oder? Ja, safe, okay. Safe der Ausgang. Alles klar. So, von da kommen wir. Gehen wir mal kurz hier lang. Ach so. Gehen wir mal runter, meine ich. Damit wollte ich sagen. So. Ja, doch. Okay, ich hab' dir gesagt. Ich hab' dir Zeit, Herr. Ich hab' dir gesagt, das ist gut. Ich hab' dir rechtes Nex. Ich hab' dir die raus. Ich hab' dir das auch gesehen. Ich hab' dir irgend- Willst du dich wieder auf dem Trennen wiederholen? Weil ich besser kämpfe, wenn ich schweig bin. Kenny, komm mal, gib mir das. Kenny, gib mir die verdammte Bottle. Geh weg von mir. Getting verletzt wird nicht helfen. Ja? Also, was ist das? Wir sind verletzt. Molly sagte, dass nicht ein einziger Boot in Savannah ist. Kein Weg raus. Wir haben Walkers rund um uns. Das verrückte F*** auf dem Radio mit uns. Hell, wenn jetzt nicht Zeit für einen Drink. Dann ist die Flasche nehmen können, Ben. Und sie Kenny nicht wiedergeben können. Aber okay. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie Clementine gesehen haben. Damn Defino. Ich muss hier irgendwo sein. Ben, ich habe dir einen Job, als ich hier bin. Geh vor Clementine. Dann kommt sie auf River Street nach mir. Was ist das? Hey, nicht das auf mich. Omid hat eine Chance für die Wurz. Und Krista hat mich geholfen. Ich bin sorry, ich mache das beste ich hier. Ich bin so froh, ich bin so froh. Ich habe das, was ich hier bin. Ich habe das, was ich mitgebracht habe. Ich habe das, was ich mitgebracht habe. Ich bin nicht froh, ich bin nur zu dir. Ich möchte nur wissen, woher ist. Ich glaube, dass sie in der Nachbarschaft war. Ich glaube, sie hat mitgebracht. Auf ihrem eigenen? Mit niemandem die guckt? Mann, wirst du weg weg? Sie ist gut da draußen. Sie ist gut. Sie besser sein. Sie hat es sich in deinem Barsch. Hooooooohlymoly. Achso. Kann laufen. Alles klar. Oh, sie ist safe da drin, oder? Nichts. Oops. Lea. Hey, Frau. Come look, look what I found. Nein! Was? Halt's ab! What? Holy shit. Swear. Da hast du dein Boot, Kenny. Halt's ab! Leute! For real! Ist gar nicht wahr, Stein. Omeed's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Will? You want the good news, or the bad news? Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. What? Oh yeah, we are in the car. It's done. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. Alright. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. All right. All right. How long have you been there? Is it going to be dangerous? What's going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. Yeah. It's going to be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omi better. And get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. I don't want anyone else to die. Neither do I, Clem, but sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Oh. Say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Can't I come with you? Kake, was will ich antworten? Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. And do exactly what you told the whole time we're there. Okay. I'm going to go get ready. Was ein Fehler, Leute? Was ein Fehler, Leute? Was ein Fehler, Leute? Was ein Fehler. Hacksaw, ein paar andere Geräte. Vielleicht kommen in handy bei diesem kleinen Break-In. Schön. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe einen anderen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-Footer. So? So, wir werden ein Problem haben. Das Boot dieser Größe ist nicht mehr als fünf Leute. Selbst mit einem einem ein Kind. Ich? Du? Krista? Omi? Ben? Möller? Assumieren, dass alle wieder zurückkommen sind, das ist noch eine zu viele. Selbst wenn wir Möller nicht verlassen, bevor das Ende ist, müssen wir eine Entscheidung machen. Du bist nicht ernst. Schau, ich sage nur, wenn wir die beste Chance haben... Wer ist das? Das ist Brie, sie können uns helfen. Hilf uns, wie? Ich war eine Studentin in der Schule, in der Crawford hat ihre Suppe. Ich kenne die Anwendung. Mit ihrer Hilfe sind wir schneller und schneller. Hat jemand ein Problem damit? Ich glaube nicht. Dann, was warten wir uns? Lass uns gehen. Wally ist nice. Aber wen lassen wir hier, Alter? Sind Sie bereit? Bereit. Wo, warte mal. Du hast sie nicht mit uns genommen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe, über den typischen Ort, in der Crawford ist? Wenn du sie in dort und sie sie finden... Diese kleine Mädchen ist nicht nur Exzesse-Bagage. Sie hat uns mehr als einmal rausgebracht. Sie kommt. Geh mit ihr. Du hast den Mann gehört. Lass uns rausgehen. Jetzt. Das sollte es sein. Wir sind direkt unter dem Zentrum von Crawford. Der ganze Spiel sollte direkt vor uns sein. Okay Leute. Das ist halt. Wir sind gerade klein. Wir werden ganz, wir bleiben sitzen, wir bleiben bleiben, wir bleiben leben, wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen. Und wir bleiben, wir bleiben uns das zu sitzen, bevor jemand einfach, wir sind da. Got es? Und das Stück mit befinden zu bleiben. Das ist genug für dich. Oh, oh da, an der, an der Wand. Hat er es gesehen? Dann der Wand war. Was ist das, Alan Crawford tot? Wie es aussieht, ist Crawford Geschichte. Georgias letzte Startachievement, okay. Fuck, fuck. Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Kacke. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. This is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than our guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No, you want to do a head count or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on, I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Yeah, good. Könnt's sein. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.